nach langer zeit endlich mal wieder ein kleiner flinker panzer hier bei let's play world of tanks und zwar der t49 und der t49 der hat natürlich aufgrund seiner kanone schon eine gewisse imposanz würde ich mal sagen also ein kv2 auf auf schnell so kann man sagen man sieht hier der schaden 910 mit der he dann 700 mit heat oder auch noch mal 900 allerdings mit dem etwas verbesserten durchschlags wert und auch wirkungsbereich also von dem her hat er hier drei granaten typen die sehr wehtun kohle hat er dabei das große ersatzteilskiste und gehen schon auf den gegner drauf und natürlich den großen medizin sack was ist mit dem amx cdc kommt er noch mal vor oder bleibt er dahin schon so wie er jetzt ist jetzt kommt da auch noch ein t57 daher so böse war gar nicht 232 schaden da geht durchaus mehr so jetzt fahren sich die beiden hier gegenseitig in die karre aber wichtig ist ja eben natürlich mit dem nicht nur den schaden machen sondern auch eben aufdecken das ist ja auch noch ein ganz 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 wichtiger punkt so da hat er den verdient recht gut getroffen wie gesagt man kann mit dieser kanone den gegner unglaublich extrem nerven und das macht dann auch sehr 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 viel spaß so 34 127 kph da und das hat nur zwei sekunden gedauert von voll hp auf 127 ja das ist sehr unangenehm und das schöne ist man braucht mit dem panzer den hier bayern 0 3 er für uns spielt gar nicht wirklich viel amen sondern egal wohin die he granate macht schon den rest irgendwie so hat er hat leider gar nicht getroffen und sonst hätte er wahrscheinlich hier schon direkt den kill gehabt dann in ruhe 251 zu seiner linken der t57 der jetzt gerade im reload ist der ferdinand auf den er jetzt glaube ich noch mal schießen wollen würde ja schaut aus leider nur nicht wie kann wie viel schaden er gemacht hat aber man sieht 509 hat er noch ja da bleibt hier mal ganz traf und ganz gut auf den drauf da hinten so ferdinand fahrt jetzt sogar drehte zeitlich sogar den die wanne zu aber auch nur 267 schaden mühsam ernährt sich das eichhörnchen hier wenn jetzt der cdc oder der panther kommen würde oder der ruhe oder dass wir ein gegner da wird die kanone mal richtig für freude sorgen da der ruht zum beispiel der würde sich ideal dafür eignen für so ein haitreffer von ihm und jetzt probiere das auto eben und da ist er so nah ran gefahren dass er auch ja nicht verschießt und mit der kanone geht halt so ein ruhe von hinten dann ganz einfach der gegner ist da wirklich sehr passiv wenn wenn man mal schaut sein team bildet hier schon wirklich eine linie entlang der karte also bedecken schon zwei drittel sozusagen und hier im letzten drittel da behält sich der gegner auf also sie wurden da schon ordentlich zurückgedrängt und das obwohl sie eigentlich noch gar nicht so weit hinten liegen da sind sie einfach deutlich passiver objekt schön seitlich das könnte was werden schade auch nur 275 schaden tendenziell hat er sich so richtig schön preisgegeben aber 10 6 jetzt wird es immer immer deutlicher das ergebnis so alles noch nicht so final fett da gibt es einfach da geht mehr mit der kanone aber man muss natürlich auch das glück haben zur richtigen stelle am richtigen ort zu sein wie gesagt der panther der bietet sich jetzt förmlich auch an für einen schönen großen hit munitions treffer und jahren 935 so was das ist das was ich sehen will er schreibt gleich schuhe aber ja das ist so klar dieser panzer mit dem richtigen gegner steht für spaß und jetzt ist nur noch der jagdpanzer und das objekt 704 am leben ja der panther regt sich auch über die 940 schaden auf obwohl es waren ja nur 935 muss man ja mal die kirche im so auflassen auto 289 noch mal so jetzt ist auch der weg und jetzt nur noch der jagdpanzer und dann ist das thema hier gelaufen hinten war gerade noch ein schöner blitz aber nun ist auch die runde beendet schöne ohne vom t 49 4059 schaden gemacht 2662 auch unterstützt und das panzer ist sehr zurecht und danke dafür dass du mir noch den hohen hit geliefert hast am panther so wenn er dann hat ich auch meinen spaß ja ich hoffe euch jetzt gefallen bis zum nächsten mal euer alkaramba ja und ich 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 Untertitelung des ZDF, 2020